Mein Name ist Günter Rhön und ich bin Geräuschemacher. In Zeichentrickfilmen, da haben wir im Prinzip gar keine Geräusche, da haben wir ja nur ein Bild und das heißt also für uns alles nachts zu gestalten, das was dann im Bild passiert. Aus mehreren, mehreren Sachen ist das zusammengestellt, der Igel sozusagen, also erstmal die Schritte ist ja klar, eben auf Sand oder auf Bohr oder auf Holz laufen und das Igel selbst, eben die Stacheln, da habe ich eben zwei Bürsten genommen und die entsprechend dann eben miteinander bewegen, sodass man denkt, dass das eben das Haarkleid wäre. Ich bin Christoph Iczorek, ich arbeite hier als Folie-Rekordist bzw. Folie-Mixer, das ist derjenige, der die Geräusche aufnimmt, also die, die Günter da drüben macht, hier vormischt, aufnimmt und ähnlich wie beim Geräuschemacher ist es halt so, dass man sich Sachen ausdenken muss, die halt noch nicht existieren und sie so abstrahieren die Geräusche, dass derjenige, der das dann sieht, das dazu verbindet und sagt, ja, das ist definitiv das Geräusch. Man will die Geschichte erzählen durch die Geräusche. Man kann damit auch leiten, man kann halt das Ohr des Filmzuschauers steuern und sagen, okay, das ist jetzt wichtig, darum geht's. Ich bin Re-Recording-Mixer oder Mischton-Meister, wie man sagt, bei mir läuft alles zusammen, was Sound heißt, die Filmmusik, bei mir läuft das gesamte Sounddesign, alle Sprachen und damit wird der Filmsound kreiert, den wir uns wünschen. Die Besonderheit hier ist für mich, dass du ganz lange als Spielort den Wald hast. Jeder, der Wald kennt und mal probiert hat, im Wald laut zu rufen oder in die Hände zu klatschen, der Wald hat ja einen Waldhall, ein Waldecho und der Wald ändert sich, sobald irgendwie die Bäume dichter stehen, ist die Reflektion anders oder es kommt ein Hügel und das interessant zu gestalten, das fand ich bei Latibook sehr reizvoll.